und an 19 zu den dieswöchigen vfb news haben wir einiges zusammenbekommen diesmal am samstag natürlich wie immer alles verlinkt alle quellen und so weiter wisst bescheid wir fangen an vor sieben tagen also vor einer woche schon dicken länger her aber trotzdem auch hier nachträglich noch mal kakao wurde 40 auch ja eine kleinere oder fast eine große vfb legende eins von beiden auf jeden fall auch einer der spieler schlechthin die ich halt beim vfb so kämpfe einmal von beginn an so zwei sieben und so was in der meisterschaft noch kakao auch schon für mich eine vfb legende wir machen weiter kicker interview kalaite schon so sein interview wissen dass wir etwas besonderes haben das stimmt so diese absolute kombination ist so eine waffe von den beiden das hatten wir auch schon lange nicht mehr das hat wirklich lange nicht mehr so eine kombination ist es ähnlich wie dieses ding was wir damals hatten hatte ich glaube auch schon mal im podcast irgendwann mal gezeigt gehabt so ein vergleich mit insua auf der rotte da haben wir jetzt quasi so sehr auf kalaite das ist wirklich brandgefährlich und absolut wichtig für uns weil siehe spiele in köln oder so zum beispiel nichts gegen und dann kommt dieser freistoss diese eine flanke von so star kalaite steht richtig und dann fällt das ding das ist so ein so ein tor was du einfach erzielen kannst du immer in der hinterhand hast auch wenn es gerade mal nicht viel nach vorne geht die david dann bei der bild über soziale medien teilweise krank was damit abgeht ich meine es ist ja auch einer der irgendwie mal ein bisschen offline war quasi und dann wieder online dann wieder account runter genommen und so weiter hatten wir auch erst vor kurzem was mit philipp förster wo damit social media und klar also ich mag mir jetzt gar nicht vorstellen dass da bei manchen profis ab geht auch massimo der da irgendwann mal nach dem kiel spiel ist gewesen seiner zweiten liga auch sein account offline genommen hat also ich mag mir sogar nicht vorstellen was da für eine scheiße abgeht manchmal dann hier ein schöner tweet wie geil wäre es heute bitte bei dem wetter gerade auf dem parkplatz das auto zu verlassen und sich auf dem weg ins stadion zu machen dann wunderschönes dreisekündiges video da dürfte vermutlich vom hoffenheim spiel gewesen sein dass wir 2 0 gewonnen haben vorletzter spieltag in der 17 18er saison sensationelles wetter 2 0 gewonnen alle mit fahren alles in weiß traumhaft aber darauf werden wir noch ein bisschen warten müssen vfb sportdirektor im kicker meets the zone podcast mit sind hat und dann sitzt einfach so eine vollgranate vor die hat über silas war man kituka geredet generell auch verlinkt für euch der podcast auf spotify aber da müssen wir wahrscheinlich auch irgendwie so beim kicker kostenlos finden richtig richtig gutes ding richtig gutes ding hat auch einer hier geschrieben auf twitter kann ich ein bisschen was zitieren 80 minuten missland hat hinter mir wow was ein typ top podcast weil man kann dem typen gut zuhören das merkst du auch in jedem halbzeit interview in dem talk den er glaube im swr mal hatte wo über transfer geredet hat der typ ist der wahnsinn ein bisschen was zitieren also geschrieben hat in seiner timeline quasi alleine wie er spielerscouting beschreibt in bezug auf sascha endo oder sie das zeigt dass die positive entwicklung kein zufall ist alles was er sagt hat hand und fuß immer ein plan b in der hinterhand man konnte natürlich auch so ein bisschen rauslesen zwischen den zeiten kann man deuten dass er hier eher noch zwei bis drei jahre bleibt als zehn da kann man auch die stelle irgendwo wo er gesagt hat von wegen beim vfb kann ich mir nicht vorstellen oder werde ich nicht mit noch mit anders arbeiten als materazio natürlich erst mal ein bekenntnis materazio ist dass die arbeit gut läuft aber natürlich auch heißt ne ewigkeit wo das hier nicht laufen aber es ist ja glaube ich auch logisch bei der qualität von ihm da die dort und gerüchte kommen ja auch alle nicht von ungefähr wirklich richtig richtig gutes ding man kann dem typ stundenlang zuhören sehr sehr guter podcast sehr gerne reinhören der kurze schnipsel hier quasi mit mit materazio oder kein anderer trainer beim vfb den kurzen schnitz habe ich auch noch drin in einem tweet von vertikal pass haben die das hier rausgeschnitten gehabt hat auch gesagt hier kannst du alles lernen was du brauchst um für die 16 größten klubs europas zu spielen das ist ein super schritt für die jungs die das verstehen da ist es am ende sogar gut dass du nicht das gleiche geld zahlen kannst und das hat er auch schon tausend mal gesagt also wenn du im sommer verkaufst und irgendwelche leute verkaufst wie jetzt ein silas gut ne verletzungen auch normalerweise war ein silas da in der verlosung mit redan mangalan gonzalez da war schon immer dieses thema top 16 europas und ich glaube dass da werden schon jungs wenn sie so weit wenn die so weiterkicken bei uns ganz ganz dicke schritte machen können hatten wir auch schon oft genug jetzt ein gedira zu real madrid und sowas zum beispiel das ist einfach das bild vom vfb eigentlich schlechthin wie es wie es so ist oder wie es so sein sollte junge leute holen perfekt ausbilden oder stark ausbilden dann lasst die ihren großen weg gehen dann hier bild überraschende fakten zum aufsteiger hier ist der vfb schon top auch ein schöner artikel die einwechslungen kein anderer trainer wechselt so viele treffer ein wie pellegrin und materazzo schon elf jogertore zielte der vfb das zeigt die qualität und breite des kaders die zweikämpfe neben dem spielerischen niveau stimmt auch die einstellung 3057 duelle gegen gegenspieler haben die vfb profis gewonnen kein anderer klub ist erfolgreicher der torhunger 47 treffer schoss der vfb schon nur die bayern dortmund frankfurt und leipzig haben mehr und dann junge spieler mit 24,4 jahren stellen die schwaben den jüngsten kader der liga sie sind sogar jünger als die jungen wilden 1.0 um kevin korani schlepp und hildebrand zu beginnen der 2000er jahre ja einfach noch mal schön zu lesen geht 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 runter sich sowas durchzulesen über unseren verein aktuell auch hier ein schönes bild auch ein bisschen nostalgisches bild weil es ja das länderspiel gab rumänien deutschland wir hatten ja unseren rumänischen fanliebling mit alexandro maxim fand ich auch geil habe ja auch das trikot von dem könnt euch gerne hier noch mal kurz werbung machen fürs q&a wo es zum beispiel auch kurz diese trikot frage gab wo es wohl das trikot sehen konntet und einfach das bild wo da auf der auswechselbank steht nach dem würzburg spiel nach dem abpfiff wir sind aufgestiegen alle auf alle fans auf dem rasen alle in weißen er steht da auf der auf der auswechselbank obendrauf und lässt sich feiern oder feiert die fans das war auch sehr nationelles motiv das bild fünf verträge laufen ausschreibt die bild ein star darf überraschend bleiben geht es natürlich darum dass dann im sommer castros vertrag ausläuft die davis vertrag alga duis vertrag kaminski und badstuber ebenfalls gehen hier so ein bisschen durch alga dui klingt so ne auch eine verletzungspech ich weiß ich glaube ich meine hatte mal paar minuten bundsliga schon bekommen das ist auch ich glaube ich hatte ich glaube er hat mal irgendwann eine einwechslung aber aktuell wieder laborieren an an der verletzung da da alga dui da hieß es aber so ne ja auch noch mal materaz haben sie zitiert wir sind uns unserer sozialen verantwortung bewusst und werden dieser bei hamadi gerecht werden also ich glaube der wird noch mal so einen schönen guten alten ein jahres vertrag bekommen hätte er sich auch verdient er hat uns schon einige wichtige tore gemacht in der zweiten liga vor allem natürlich die davi hier auch hat er auch im interview mit der bild verraten dass er ein bisschen auf auf gehalt verzichten würde da die davi gerne weiter spielen würde die vertrag die gespräche laufen scheinbar mal gucken ob es da jetzt zur verlängerung kommt oder nicht kaminski recht klar auf abschied auf abschied schalke interessiert zum beispiel und badstuber ganz ganz klar auf abschied der will weiter kicken mal gucken wo er hingeht hat halt auch einen top vertrag mit über zwei millionen euro das wird mal ein bisschen gehaltfrei schaufeln da im sommer in dem ja dann den verein verlässt ist ja auch schon längst aussortiert mit der oder interz in die zweite mannschaft jetzt quasi aussortiert worden dann geht es natürlich auch noch so ein bisschen um leihspieler der gute naray wird da zurückkommen im sommer den wir von köln geholt hatten haben wir von köln geholt ich meine wir von köln geholt ausgeliehen an rostock war und jetzt an zwei sessons oder jetzt diese eine saison ausgeliehen an an sandhausen wo er scheinbar auch wirklich gut aufspielt also da gehört man immer wieder lob neben ihm kommt natürlich dann avuca zurück im sommer auch ausgeliehen und natürlich auch pablo mafeo aber den beiden wird es vermutlich eher schwieriger also auch avuca hat noch nicht so ganz anschluss gefunden und auch mafeo glaube ich fast nicht hat hier hier schreibt die bild überzeugter bei hua es gar der mafeo hat es gibt scheinbar eine kaufoption über ein million euro ja deswegen keine ahnung mal gucken wir haben für er ist noch drei millionen euro wert ja mal gucken ob wir den dann für mehr als drei millionen wettbekommen oder ob sie ja ob sie irgendwie die kaufoption ziehen habe ich hier ganz nicht genau weil die bild schreibt hier was man kaufoption von über ein million von über ein millionen euro ach so über ich dachte schon eine okay ja mal gucken kriegen wir halt für den noch zwei drei millionen euro oder sowas ja damals zehn gezahlt bleibt halt leider ein flop und dann muss man gucken bei avuca aber sich bei uns nochmal durchsetzen kann und ob es weiter ein paar leiden gibt oder ob er sich irgendwo dann irgendwo richtig fuß fassen kann quasi wir machen weiter heute vor neun jahren ist aber auch schon vier tage her aber hat sich quasi auch gejährt das wahnsinn spiel 30 märz 2012 das war das vier zu vier in dortmund ein sensationelles fußballspiel hier vogt fürchtet neue kampagne schreibt die bild um die präsidentschaft zwar am 18 juli wo sie noch bewerben wird hat er ja auch gesagt ich sehe und fühle zumindest etwas ruhe und das ist gut für den vfb wobei die nächste wahl ja bevorsteht ich befürchte dass manche wieder eine kampagne starten könnten ja finde ich fast ein bisschen unnötig dass er das sagt keine ahnung braucht es nicht wir werden sehen klar man versteht so ein bisschen wo er herkommt aus dem was bisher passiert ist beim vfb seitdem er da ist aber braucht er jetzt nicht so irgendwie so offensiv sagen von wegen hilf ich habe angst vor einer kampagne nee nee braucht es für mich nicht braucht es für mich nicht so was aber sonst ist ja der datenskandal und so weiter so ziemlich aufgeklärt und durch und hauptsache fertig jetzt also das die thematik hat mir zum beispiel auch im podcast jetzt zum glück lange nicht mehr vfb und trott war ev kooperieren ist auch sehr schöne aktion wie auch das mit wie hießen das noch mal oh gott jetzt mache ich mich lächerlich wie war con aqua ich glaube so hieß das paar schöne kooperationen beim vfb aktuell dann auch sehr schön startelfdebüt klimovic durfte von beginn an ran gegen rumänien im letzten gruppenspiel sind jetzt weiter gekommen die u21 in der em müssen jetzt im viertelfinal gegen dänemark ran dann wenn ich es richtig im kopf habe das müsste dann irgendwann nach der saison sein irgendwann im juni oder so weiß ich jetzt gar nicht genau und dann neues arbeitspapier für sie das wäre auch ein sehr sehr schönes zeichen jetzt verletzt bis zu 22 aber scheinbar ein neues arbeitspapier muss man gucken ob er dann irgendwie vertrag läuft bis 224 aber dann einfach nur quasi ein bisschen mehr kohle bekommt oder ob es dann noch mal irgendwie auch ein jahr länger wird also bis 225 mal gucken und scheinbar steht er gerade bei deutlich unter einer millionen euro gehalten jetzt sie soll das soll scheinbar auf knapp 1,5 millionen hochgehen so ein bisschen die wertschätzung zeigen natürlich auch die treue zeigen ganz klare geschichte marktwert update gab es auch noch transfermarkt de sascha kaleitsch ist von ist von sieben millionen auf 17 millionen hoch so ist es auch gestiegen auf zwölf millionen auch plus sechs millionen gemacht und afro panos hat dreieinhalb millionen euro drauf gesetzt und steht jetzt bei sechs millionen marktwert damit haben wir einen insgesamten marktwert von 170,5 millionen schreibt hier der kannst du der blog auch sehr schön wir gehen von schön zu scheiße aber das hatte ich ja schon im vorbericht gesagt gonzalez verletzt für voraussichtlich zwei bis drei wochen der sehr geschätzte zu basa 18 93 unser kleiner transfermarkt de user unseres vertrauens quasi der gefühlt schon jedes mal irgendwie fast hat auf jeden fall eine sehr sehr hohe trefferquote hat was das was gerüchte angeht und was leute angeht die einen raum wirft die dann wirklich beim vfp landen wirft als potenziellen dinos nachfolger also mal vor panos nachfolger für die rechte in verteidigung bremisch lav visniewski 22 jahre alt von gornik zarpze in den raum keine ahnung und für mangala satz ist doch sein wunschspieler wird natürlich schwierig aber den bekommt der kockt kickte jetzt bei gendt muss man auch nicht verstehen warum der bei gank bei gendt kickt der ist eigentlich besser oder für für besseres darf würde ich sagen auch bei u21 zeigt er immer wieder gute gute leistungen da war natürlich direkt dann die investigativ recherche in sachen fifa gemacht mal geschaut was kann denn der wissen jevsky so wenn es das richtige ist den ich hier gefunden habe dann holen der hat 80 pace auf der fifa karte kaufen kapper also keine ahnung immerhin hat er eine fifa karte das ist bei einem gerücht was gleich kommt da hat derjenige keine fifa karte aber ja wäre ein guter ersatz ne mafobahn ist auch glaubt der schnellste aus der hinterreihe da hinten dann einfach auch einen schnellen ersatz zu holen du brauchst irgend schnell in der verteidigung würde ich sagen und rein von der karte her wie gesagt auf choke basis der 80 pace holen kaufen auch fifa weiterhin und auch kaufen kalajic hat sein inform bekommen 76er karte für seine länderspielleistungen natürlich auch direkt schönes dreieck gebildet habe ich auch in meinem team drin vorne kalajic rechts war manki duka in form und hinter ihm endo in form das magische dreieck wie auch schon spitzenreiter so viel trainer hatten die bundesligisten in den vergangenen zehn jahren da stehen wir auf nummer eins also chef trainer und interim trainer seit der saison 2010 zu 11 von zdf sport haben wir nämlich 17 stück schalke knapp hinter uns mit 16 stück dann hier eben das gerücht alu cool schreibt ihr an robbie slater aus der australischen liga habt ihr den tweet vor allem drei genommen weil er natürlich die erste quelle ist die man so gefunden hat und dazu weil er geschrieben hat close to doing a deal with german giants stuttgart so geil german giants das liest sich so schön scheinbar ein großes talent stürmer talent hat gut getroffen sie im treff von zwei assist in 15 partien mit seinem club auch gerade sehr erfolgreich in australien ablöse ist als ablöse ist ein sechsstelliger betrag im gespräch dadurch boni aber noch deutlich anwachsen könnte und ist auch wohl für die zweite mannschaft oder für die für die jugend vom vfb eingeplant ne 19 jahre alter kolleg und ist halt wirklich auch so ein ding hat er auch gesagt bei silas was er damals so toll fand er noch im podcast gesagt der war schon richtig gut quasi aber hat er noch nicht mal richtig richtige fußballerische ausbildung genossen auf höchstem niveau das hat das hat er auch nicht deswegen schreibt hier auf fußballtransfers quasi ist man schon gerade offenbar der meinung dass noch jede menge unentdecktes potenzial im angreifer schlummert bei silas war mit duke hatte sportdirektors wenn wir sind hat eine ähnliche rechnung angestellt mit erfolg also auch mal schon das schon mal sehr schön da kommt natürlich direkt die investigativ recherche des todes was die vfb fans angeht das ist so geil vor allem auf twitter haben sie irgendwie durchgeschaut wieder auf instagram folgten vfb glaube ich dann hier auch geschaut irgendwie bei irgendwelchen kollegen durchgeschaut mit ihm folgt er so da hat ein kollege von ihm bild reingestellt wo eben das transfergeruch da ist mit ihm schon reingefotoshoppt ins vfb trikot und so und so weiter dann auch irgendwelche likes bekommen von irgendwelchen leuten die scheinbar sein berater sind und so weiter also ganz ganz wilde geschichten aber wirkt so als wäre das ding schon recht recht gut dabei dass wir den jungen bekommen könnten auch wenn natürlich jetzt logischerweise keinem von uns großartig was sagt muss man auch ehrlich sein silas wurde jetzt an diesem freilag in der sportlinie stück hat operiert wir wünschen natürlich sie das gute schnelle genesung und viel kraft und energie für die anstehende rehabilitationsphase schließe ich schließen wir uns natürlich hier auch an vertrag mit mattei maklicka vorzeitig verlängert der innenverteidiger der ufb u21 hat einen langfristigen vertrag unterschrieben und soll weiterhin intensiv gefördert und gefördert und gefordert werden sehr sehr stark scheinbar auch so perspektivisch mal für die erste mannschaft eingeplant innenverteidiger klingt ja nicht schlecht braucht man ja vermutlich im sommer ein wenn man von panos zurück ist und auch dann hinter ihm noch welche wenn kaminski und badschuber und sowas wegfallen also sehr sehr gerne ein innenverteidigertrennen mit bei uns gerne aufbauen ich meine wir hatten ja ein paar leute mit dem luca mark und mit einem idones oder so von denen hörst du halt auch gefühlt nichts mehr deswegen gerne mit dem den versuch starten auch schön vfb v ne fv stuttgart 1893 und kronenklub kann statt hier auf einem der ersten mannschaftsfotos des vfb am 2 4 1912 auch ein bisschen tradition ist da hat sich jetzt auch wieder gejährt dann hier natürlich auch mal materazzo äh organe ernährung schlaf wir durchleuchten alles artikel von vom kicker natürlich weil man sich auch wundert oder sich auch ja aufregt würde ich fast sagen darüber dass man oder dass man eben leute immer wieder verliert ne sieht das verletzt ewigkeiten und zahl ist jetzt auch schon mehrfach verletzt und so weiter deswegen hat er auch gesagt wir sind gerade dabei wollen versuchen alles auszuschließen es kann kein es kann ein zufall sein kann aber auch andere ursachen haben liegt es an der statik an inneren organen an ernährung an schlaf wir durchleuchten alles um auszuschließen als er sich wiederholt zumindest wollen wir die wahrscheinlichkeit minimieren so weiter geht's dann mit auch team spirit team bild alle zusammen stehen da get will soon see last das ganze team mit dem trikot von ihm sehr sehr schöne aktion du merkst einfach dass da gerade sehr sehr viel intern in der mannschaft und im klub generell passt auch schön unser vfb wird 1893 ev hat seit anfang april seine erste vereinsmanagerin seit seiner gründung ich wünsche hier klaus vogt ist der tweet von ich wünsche dir von ganzem herzen alles gute und viel erfolg beim besten verein der welt auch sehr schön zu sehen muss man natürlich erstmal fragen die lisa lang ist das zum glück gibt es hier die aufklärung im fred was man als was man da überhaupt als vereinsmanagerin macht als vereinsmanagerin ist lisa lang für die administration und organisation des vfb 1893 ev verantwortlich sie berichtet direkt im präsidium eine ausführliche vorstellung erscheint in der nächsten in den nächsten tagen in oder oder halt dieser in dieser dunkelrot zeitung an die mitglieder vom vfb also schön zu sehen sowas und dann als letzte news haben wir noch drin wir hatten den al-gadoui schon kurz angesprochen hier noch mal ist ja wie gesagt gerade am arbeiten nach auf dem auf dem comeback nach der verletzung am syndes mose band ich schaue mir gerne an wie die jungs arbeiten auch wenn es natürlich mit mit einem auch wenn ich es natürlich mit einem weinen auge verfolge weil ich nicht dabei sein kann ich glaube al-gadoui wahrscheinlich auch ein unsagbar sympathischer mensch deswegen sehr sehr schade für ihn und bei dem würde ich dem würde ich so dermaßen noch mal können dass der eine bundesliga fußfasst oder halt fußfass fußfass im sinne normal einsätze bekommt bei uns natürlich wirkt ja auch so wenn er vertragsverlängerung bekommt und halt auf jeden fall auch sein bundesliga tor macht es würde mich so dermaßen freuen und dann würde ich sagen vielen dank fürs zuhören wie gesagt news und so weiter sind am start jetzt hier am samstag sozusagen verletzter stand von diesen news 12 12 30 so um den dreh rum herum heute und dann bis zum nächsten mal